Warte mal, was ist der Unterschied zwischen diesem Jungen und diesem Jungen? Siehst du da einen Unterschied? Ja. Welchen Unterschied siehst du denn da? Der hat sein Fisch und der hat sein Papagei. Genau. Und was gibt es noch für Unterschiede? Siehst du noch irgendeinen Unterschied? Ja. Sind die Jungs irgendwie unterschiedlich? Ja. Was haben die denn für Unterschiede? Sie haben zum Beispiel gleiche Haare. Die haben gleiche Haare, stimmt. Ja. Bei dem sind die Haare ein bisschen kürzer, gell? Guck mal, der hat ja noch so ein bisschen länger an der Seite. Ja. Und was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Jungs und diesem Jungen? Siehst du da irgendeinen Unterschied? Ja. Sein Pullover ist weiß und von dem ist er blau und von dem ist er grün. Genau. Das sind die Unterschiede. Stimmt. Ja.